Griechenland oder Deutschland? Griechenland. Kapitän sein bedeutet für mich? Viel Verantwortung. Der für mich bisher unangenehmste Gegenspieler war? Max Dornbusch. Als Griechenland 2004 Europameister wurde, habe ich? Gefeiert ohne Ende. Wenn ich mit Euskirchen in die Regionalliga aufsteige, dann werde ich? Eine Ehrenrunde in Boxershorts zu laufen. Mein Ritual vor dem Spiel ist? Erst den linken Schienmannschuh anziehen, dann den rechten. Mein Idol heißt? Ronaldinho. In dieser Saison habe ich das Ziel? Fünf Tore noch zu schießen. In der Sauna möchte ich nicht treffen auf? Mein Trainer. Wenn der blöde Typ von ReinkickTV nicht aufhört, mir Fragen zu stellen, dann? Jagge ich mich quer über das Stadion hier.